tach leute da sind wir wieder und zwar der der geschrumpfte und ich der alte geschrumpfte und wir sind hier immer noch in grounded und der junge macht jetzt mal den bürgel ist ja diese komische roboter nach was fragst du den ja da kann man doch bestimmt uns irgendwie wieder pimpen oder so oder wir können gar kein mega milkmauler benutzen weil wir da schon alles einmal geskillt haben deswegen brauchen wir jetzt für das nächste level für alles zweimal sagt man wie viel öffnung hat eigentlich der baum zu den spinnen sind es zwei oder das sind irgendwie vier oder fünf ja meine ich auch aber ich sehe hier so warte mal da hinten ist eins und dann ist doch da auf der anderen seite auch mal einer okay ich bin gerade die eingänge nicht muss ich hier hoch ach und dann freie ich ihn noch mal den quest und so doch hier ist noch mal ein eingang okay dann kann ich hier schon bauen das ist schon mal gut okay das sehe ich nicht weil ich diese komischen brett an der hand habe hier so kommen wir hier ist gleich noch mal so ein abwertigen einmal 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 hier mal hier für ständchen hier ist kein quatsch und die mich sieht bin ich fällig okay das einzige was jetzt fehlt ist strippe das heißt ich muss mir jetzt hier was pflücken sowas hier machen wir fix die noch von muss ein bisschen seil knüppern weil die rennen die ganze nacht da draußen rum vor der tür das ist so schlimm die sind so böse und schlimm und überhaupt ich dachte ich dachte das ist eine spinne es war bloß ein arme alter himmel fast eine hose gekackt gerade sagt immer noch mit sicher ist sicher so jetzt werden wir erstmal die strippen basteln dann gucken wir mal ob wir jetzt hier alles bedienen können geht und da oben geht es das haben wir schon mal jetzt lass mal gucken wo ist hier noch ein eingang sind vier eingänge ne ich glaube da oben muss noch irgendwo ein eingang sein gehen wir mal anders rum so was hast du jetzt beim bürgel gemacht ich habe mir weniger wasserverbrauch okay kann ich das auch machen ja also ich weiß nicht was du schon geskillt hast aber irgendwas müsstest du eigentlich schon machen aber ich hätte jetzt die option was zu machen ja auf jeden fall strippen zeug das nehmen wir noch mit bestimmt gleich wieder strippen basteln da haben wir schon zugebastelt jetzt muss hier hinten rum muss es noch einen eingang geben ich habe mal hier in die kiste wo das da vielleicht ist auch noch hohes fleisch reingemacht ich bin ganz falsch gelaufen hier noch weiter rum da ist der eingang ja ist aufpassen klopieren noch andere spinnen rum haben wir schon mal für irgendwas eine feder verbraucht ja oder für was weiß ich nicht aber glaube ja irgendwas war da ich weiß es nicht 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 einmal zweimal komm dreimal viermal die schnarchen spinnen ne versuche mich mal alleine an so ne moe stinkelkäfer ok ja ja frau dich also was ist das für ein idiot der käfer ich hab den abgeschossen der ist kurz mal aufgestanden hat rote augen bekommen und hat sich dann direkt wieder hingelegt wieder hingelegt gedacht lieber gleich hin würde vielleicht da noch mal einen hinsetzen und ein schuss und dann ist er tot gut ich sitze doch das krieg doch so so ist doch gut würde ich lieben gern noch mal eins hier so ne ist nicht gut äh Achtung also wenn du willst können wir dir auch noch einen rüsselkäferhammer machen im was also so einen dicken hammer scheiße wie komm ich jetzt ab ich war nicht jetzt hier das hier ich will jetzt hier ein grobes seil machen weißt du einen dicken hammer einen rüsselkäferhammer mhm äh stinkelkäfer stinkelkäfer äh haben wir genug ja doch ist bestimmt gut so einen dicken hammer zu haben jo ja davon kann er easy die einmachen also ich leg ihn hier mal in die truhe mit den tools ja äh äh so wo war das jetzt so lang hier lang da unten ja also ich glaube ich habe jetzt jeden eingang hier vernagelt ok so ich renne jetzt nach hause sollte ich auch langsam dunkel und hier kommen die spinnen hier überall überall ich bringe noch ein paar balken mit damit ich endlich wieder rennen kann oh ok was machen wir jetzt trinken 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 ich weiß nicht erstmal klar klar oder ich nehme kurz hier einen schluck vom vom netz hier sind vier tropfen dran ok kann ich nicht dazu muss ich erst das ablegen echt jetzt ach Leute ja nice and clean alles klar habe ich acht ja sage so am grill ist ja noch ein laus hast du nicht gegessen oder hast du die drauf gehängt äh gegessen so lass mal gucken habe ich überhaupt im inventar verdammt ich muss noch eine laus also isst du die jetzt ne ne hey musst du die laus essen warum schlafen welche äh ne vom schlafen ist unnötig vom schlafen machen und sowas nicht das ist richtig so das heißt ich muss wenn du noch irgendwie ein Vieh findest killen es fehlt nur einmal essen vor lauter bastelei hat ich jetzt vergessen das essen du hast doch geh doch hier ich hab'n ich hab'n halt bleib hier hab ich ihn geschossen weiß ich nicht oh da ist ne laus die kannst du ans dürrig stell hängen von mir aus lass mal gucken die rennt irgendwie weg obwohl ich tausend Dörfleisch 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 pack ich wieder zwei nehme ich mit und das packe ich rüber genau so ich hab'n Rüsselkäferkopf was mache ich mit dem wegpacken wir brauchen wir den blaue blätter das behalte ich da kann ich mal strikt draus machen den saft machen wir rüber äh das drüber und hier machen wir noch die nadeln rüber ok 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 so und dann werd ich demnächst mal zum bürgel gehen wa ja da kannst du dich aufwerten oder ich geh jetzt noch schnell zum bürgel die spinnen können ja theoretisch nicht raus praktisch bin ich mir nicht sicher ich mach das mir zu dunkel ich kann mir doch so in die hose gar nicht so was haben wir hier ja war gut schon gedörte zeug drin ja dann könnten wir doch hier auch schon mal ein dach drüber setzen mindestens so tun als ob kleeblattdach kleeblattdach wie ist es mit diesen ecken hier dach ecke quadratische dach ecke flaches dreiecks kleeblatt und jetzt so so draufsetzen sieht komisch aus oder guck mal das passt doch nicht oder dieses hologramm dort so und hier haben wir hier haben eine 45 grad links drin da wollte ich denn das drangesetzen das stimmt doch gar nicht da ja nein das ist falsch das ist falsch wie kann ich das wieder weg machen will das die stellen nicht umstellen ich will da hinten das ding weg machen wie kann ich das weg machen die griechen des hologramm weg mit x war das glaube ich nö das ist ein fernglas doch du hast da gerade jetzt 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 ja 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 jetzt ok 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 es funktioniert so nicht wie ich das haben will das ist da drüben sieht doch auch kacke aus ist weg komisch da sieht es hübsch aus muss man sagen ok ist doch sonst wie weit weg der klippt doch gar nicht richtig an guck dir das mal an hier ja ich weiß nicht warum das ist komisch da klippt er an ok eigenartig sehr eigenartig bist du schon im bett oder was album nö alter nö 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 Richtig jetzt? Hm, anscheinend schon Was machst du gerade? Diese 45 Grad Ecke ist kacke hier Warum? Nee, die ist eigentlich nicht kacke Da kannst du doch perfekt dieses eine Teil da rein machen Deines Teil? Ja, aber dann... Nee, nee, kann ich nicht Ich kann mich nur 90 Grad drehen Nee, warte mal, warte mal Du sitzt jetzt in der Ecke und schämt sich, oder was? Das kann ich ja dann machen Ja eben, hab ich doch gesagt Das geht bloß nicht, wa? Ja, weil... Weil das da eigentlich drankommt Nee, nee, warte mal, warte mal Du musst halt jetzt hier Nee, das mit dem Bauern ist irgendwie grad ein bisschen blöd So Lass uns einfach den nächsten Tag weiter bauen Sag ich jetzt mal so, ne? Guck, ey So beim Hellen aufgewacht Schick Schick, 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 schick Du musst mal gucken Hier passt das nicht Das geht ja mal so ja nicht Das sieht irgendwie komisch aus hier Äh Innere Dachecke Ja Ja, die könnte man so draufsetzen V Warte mal, V? V ist Auswahlrad für Zeug, was du im Inventar hast Dann lass mich mal das Ding da so reinsetzen Das hier geht ja auch nicht Was hast denn du hier gemacht? Oh, wie kacke Oh Hier Ah, geht da Da muss was anders rein Nein, da muss Guck mal, da muss das hier rein Hatt ich doch Nein Du hattest, äh, das hier Das hier hattest du da drinnen Guck mal, hier auch Hier hast du auch das falsche Mhm Okay Dann muss das hier auch weg Und dann muss ich da auch Ja, da muss auch das hin Ja, schon sieht's vernünftig aus Sehr schön Was hast du hier holt? Ich lebe ja doch Okay Sind in den Truhen drin? Ja, ich hab alle rausgenommen Okay Da brauchen wir noch ein paar Stangen hier Nicht unterst... Achso Ja, nee, du musst erst Das war ja da so komisch Erst eins fertig bauen Dann kannst du das andere annageln Ja, weil das ist komisch, dass das in der Ecke da nicht funktioniert Das verstehe ich heute nicht Physik nicht Zack Achso Ja Dann machen wir mal wieder alle Stangen zerbasteln gleich Das heißt, ich muss wieder Holz hacken gehen Zack Mach die Ecke hier fertig Also, ich ess mal was und trink was Denk dran, am Grill hängt lecker Zeugs, ne? Aber wir haben keine Stangen mehr Ja Sag doch, ich muss doch Stangen machen Lass mal reinziehen das Zeug Tür auf, gucken Spinne Keine da Ich würd mir gern die Fallen kontrollieren gehen Wollen wir da vielleicht mal Wehen töten? Wehen? Wo? Wir werden ihn fallen Ja, lass mal gucken hier Let's go So Machen wir jetzt mal noch Wo ist denn hier das nächste Ding? Ist doch hier hinten ein Ecker Du sollst überall an jedem Ausgang so ne Falle Ja, ja, klar, klar Dass die da nicht mehr durchkommen Okay, cool, cool, cool Hier pennen auch die zwei, die hier immer pennen Schieß mal eine an Oh, ich verpiss mich lieber Die kommen nicht raus, ne? Das Problem ist, wenn die tot ist, wo ist die andere überhaupt? Ah! Alter Wo kam die jetzt her? Ja, die konnte da irgendwo rausgehen Alter Geil, wa? Okay Checken, wo die rauskommt hier Äh, es gibt's doch nicht Ich hab nicht gesehen, wo die rauskommt Die ist hier bei der einen Seite hier entlang Ja, rechts oder links Die ist hier, hier beim Börgel Beim Börgel ist die raus Aber da hab ich da auch was drin gelegt Was sind die hier raus? Probehalt vom Börgel kannst du da Oh Oh Ja, da kann sie raus Ich bin gleich tot Ja, beim Börgel kommt die da irgendwie raus Und muss da die Fallen woanders hin stellen Okay, dann muss ich die stärker Pass auf, die ist da Aber ich glaub, du kannst von mir kommen Die ist sowas von akro Oh, die ist akro auf dich Ich bin aufglitscht, ich bin aufglitscht Also die Fallen, die würde ich weiter rausbauen Ich muss noch mehr reinbauen Also, hier würde ich die so hinbauen Jaja, versuchter, die Wo ist die überhaupt hin? Aber dass die andere Spinne das nicht bemerkt hat, das hab ich nie verstanden Also, ich muss, äh Ich geh da fix bauen Mach du mal den Bogen weg und lass mich bauen, ey Wie ist die da durchgekommen, frage ich mich Und warum kann ich jetzt nicht bauen? Warum macht der das nicht? Warum kann ich hier kein Hologramm jetzt hinsetzen? Warum kann ich hier kein Hologramm jetzt hinsetzen? Weil noch irgendwas hinter mir her ist, oder was? Geh mal kurz zum Börgel Bist tot? Ne, ne, ich mach mir jetzt nur wieder ein paar Verbände Ich hab vier Stück verbraucht So ein Bögel, komm mal her, hier Jaja, stärk mich mal Also, ich hab einen Megamilchmaller und einen Milchmaller Achso, ich kann bloß die Megamilchmaller machen, weil ich der Horst bin, ne? Nein, ich kann die ja auch machen Achso Können wir beide machen Aber ist natürlich getrennt Also, ne, ist nicht getrennt Der Megamilchmaller ist nicht getrennt Ich weiß, genau Aber der Milchmaller Genau, genau, genau So, Dursterzeugungsrate, Hungererzeugungsrate Das hab ich beides schon Also das einzige, was du machen kannst, ist auch sauer Achja, scheiße, stimmt Dann bist du gleich aufgesetzt wie ich Ja gut, dann, ne mach ich auch Yes, so Und da können wir nichts machen, weil uns da einer fehlt Alles klar Also, wir brauchen noch so ein Megading So, und warum kann ich jetzt nicht bauen? Ich hab kein Hologramm mehr hier und so Hä? Keine Ahnung, einer der Zuschauer, habt ihr da vielleicht Ahnung, warum das nicht geht hier? Ich dachte, da war die Spinne auf einmal an uns vorbei Das ist ein bisschen erschrocken, wa? Oh, Mann, da Oh Wie ist die Spinne da hingekommen? Hä? Die Radnetzspinne da hinten? Was? Die Radnetzspinne, was macht die da? Oh Oh, ja, oh, oh, oh Die müssen wir jetzt nicht killen Du willst, ne? Hm, ne, ich will eigentlich nur Fasern sammeln Okay, das kann ich Weil ich ein paar Verwände machen will Das kann ich auch Kachelhalm Jetzt geht's wieder Na toll So, dann geh ich da jetzt hinten hin Oh, scheiße, scheiße Achtung, weg da, weg da, weg da Die sucht ihren Weg nach Hause, die findet jetzt keinen Weg nach Hause Geh weg Geh weg Wo läuft sie lang? Zeig dir die Äh, nee, 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 nicht, nicht. Doch, die rennt dann weg. Was machst du hier? Okay. Stopp, was willst du hier machen? Ich geh da jetzt hin. Und bau da nochmal ein bisschen weiter. Ich muss erst mal die Hologramme hinsetzen. Komm mit und Hälfte gegebenenfalls. Ja, ist ja grad nix hier. Nein, 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 Papa, die kommt da easy durch. Mach das hier nach hinten. Ich hätte hier einfach hier hinten ein paar gemacht. Ja, das ist, wenn der zu schräg ist, dann baut der nicht. Äh, Bedrohung? Wo ist Bedrohung? Nee, alles gut. Da stand gerade bei mir direkt Bedrohung. Okay. Oh, Papa. Oh, weg, 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 weg. Ich bin weg, ich bin weg. Ich versuche wegzukommen. Ja, ja, sie, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Du kannst wieder zurückkommen. Die findet den Weg jetzt nach Hause nicht, die kommt da nicht rein. Die wird von oben irgendwo runtergefallen. Lass mal rin, lass mal rin gehen, mal gucken. Nee, aber ich habe noch eine andere Stelle, wo du Sachen denn machen kannst. Lass mal gucken. Was vielleicht sogar viel schlauer wäre. Tatsache, die kommt da einfach, die geht einfach drüber. Und jetzt geht sie wieder drüber. Und jetzt geht sie wieder drüber. Die geht ein paar Mal drüber. Okay, die ist drin. Was denn? Hier schläft nämlich eine und das ist One Way. Ja, ja, die können wir auch machen. Ich will aber das hier einfach zu haben. Ja. Ich will diese Kackteile hier nicht durchgegenzulaufen haben. Lass mal jetzt einfach hier nochmal vier hin, ey. Keine Ahnung, ob die da drüber kommen. Also da wäre es komisch, wenn sie da drüber kommen. Mann, jetzt muss ich mal wieder hier. Ich muss alles. Ich habe nichts bei. Nix bei. Nee, herstellen wir dich. Ja, mehrere herstellen eigentlich. Zack. So, jetzt lass mal gucken. Ich glaube, ich kann aber nicht alle fertigstellen. Also bedienen. Nee, da fehlt was. Okay. Grünzeug. So, ich gehe mal hacken, ne. Hier vorne ist ja schon so ein Zeug. Wenn du mal pflückst und hier so Grasstrippen brauchen wir. Alter, nur drei sind da gefallen. Nee, da muss auch noch weg. Die vier brauche ich. Okay. So, dann hole ich mal noch Saft. Suft, 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 Suft. Oh, Kacke, da ist die Spinne schon wieder. Die ist schon wieder irgendwo anders rausgekommen. Also die ist schon wieder draußen. Nee, es kann sein, dass die andere ist. So, sie verpissen. Ja, nicht, dass wir uns ein größeres Problem jetzt damit einhandeln. Liegen noch Pfeile. Die nehmen wir mit. Den schon, den schon. Kommen wir hier den Saft. Viele Seile brauchst du? Äh, weiß ich nicht, musst gucken. Glaub, das war einer pro... Äh, Falle. Wirklich. Inventar. Einmal schnabulieren. Hau rein in den Rosenkohl, ey. So, Leute. Wir bauen jetzt die Fallen noch mal ein bisschen weiter. Ähm. Wie es aber ausgeht. Und ob das dann funktioniert. Zwar halbwegs. Die seht ihr einfach in der nächsten Folge. Äh, Papa? Ja, ich bin hier unten und will bauen. Kannst du mir helfen, weil hier ist eine Spinne stuck. Ich weiß, ja. Lasse da, wenn so das stuckt. So. Nein, die ist nicht mehr stuck. Alter, nicht, dass die jetzt hier zu mir kommt. Ja, doch, doch. Das kann sein. Weil da geht's ja rein. In den Baum. Also hier brauche ich noch ein Seil. Und da brauche ich noch Peakers. Und okay. Wir brauchen noch zwölf Peaker und ein Seil. Hast du das Seil? Ja. Hä? Ja. Gut. Also, Leute. Wir sagen jetzt tschau, tschau. Ne? Also, der hier. Der da? Ja, perfekt. Ich bin gleich tot. Der Junge Phil. Der heißer Junge Phil. Holy shit. Bist du tot? Äh, nee. Nee, nicht ganz, was? Aber sehr beschädigt. Ja, also, der sehr beschädigte. Junge Phil. Und ich der alte Phil. Bitte überlebt. Gift ist weg. Lass ihn doch oben da. Lass gerne Kommentare da. Und, äh, noch viel lieber ein Abo. Ne? Also, von daher. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's.